Die Inseln, auf denen ich strande, heißt das Buch und erzählt davon, wie verschieden man stranden kann, auf verschiedenen Inseln, auf verschiedene Art. Und jetzt kommt die zwölfte Insel. Mann, was machen Sie denn hier? Entschuldigung, aber ich strande hier gerade, sage ich auf Englisch, so wie ich auch angesprochen wurde. Sind Sie denn wahnsinnig? Das geht jetzt nicht. Äh, was? Der Mann ist kräftig, hat eine tolle Figur, wie man gut sehen kann, weil er bis auf einen Ländenschutz nackt ist. Ein dunkelhäutiger Eingeborener von der urtümlichen Sorte. Er trägt einen Nasenring und hat auf dem Rücken so etwas wie einen Köcher. Ja, einen Köcher mit Pfeilen. Giftpfeile, denke ich, bestimmt. Englisch kann er jedenfalls, wenn auch nicht akzentfrei. Ein Weißer, der aus seinem vollgelaufenen Boot erschöpft, an den Strand krabbelt, da hat er sofort geschaltet und es mit seiner eingeborenen Sprache erst gar nicht versucht. Sie können jetzt hier nicht stranden. Unmöglich. Verschwinden Sie und zwar ganz schnell. Verschwinden? Ja, um Gottes Willen, wohin denn? Ich komme doch gerade erst an Land. Ich bin völlig erschöpft. Ich habe Durst. Durst. Okay, sagt er, zu meiner sehr vorübergehenden Erleichterung. Okay, ich gebe Ihnen was zu trinken. Aber dann müssen Sie ja verschwinden. Vielleicht bin ich ja noch nicht ganz klar. Klar, die ganze Aufregung, wie ich das Leck im Boot bemerkte, Wasser schöpfte wie ein Verrückter fast die ganze Nacht. Bis ich nicht mehr konnte. Dann kam dieses Land in Sicht und mein vollgelaufenes Boot wurde angeschwemmt, was höchste Zeit war, denn noch 100 Meter und es wäre endgültig abgesoffen. Diese Küste ist die Erfüllung all meiner Gebete. Ich verlasse das Wrack, rette noch gerade die Tasche mit der Kamera und krieche auf allen Vieren an den Strand und dann sowas. Das kommt davon, wenn man in einer Nussschale durch die ozeanischen Gewässer tuckert und den Abenteuer spielt. Instinktiv habe ich ein Gefühl, ich muss auf den Mann einreden, um irgendetwas zu erreichen. Es ist wegen Ihrer Leute, stimmt's? Die sind auf Fremde nicht gut zu sprechen. Wahrscheinlich habe ich ein Tabu gebrochen oder sowas und jetzt machen Sie sich Sorgen, dass die mich entdecken. Das ist wirklich sehr nett, aber können Sie nicht einfach... Was reden Sie denn da für einen Blödsinn? Naja, Sie sehen ziemlich wild aus und da dachte ich... Ach das, sagt er und schaut an sich herunter. Sehen Sie, genau deswegen... In diesem Augenblick erscheinen in der Bucht am Waldrand Männer und rufen uns zu. Einheimische zwar der Hautfarbe nach zu urteilen, doch sie tragen Hosen und Hemden und Schuhe, sehen ganz normal aus. Einer der drei hat sogar ein immobiles Telefon am Ohr. Als sie näher kommen, ist meine Erleichterung so groß, dass ich mich zurückhalten muss, um die Rufe nicht lautstark zu beantworten. Was macht der denn hier, fragt der eine von ihnen. Mann, der muss sofort hier verschwinden. Ich weiß, sagt der Wilde, der mich gefunden hat, habe ich ihm auch schon gesagt. Die drei glotzen mich an. Ich hocke da im Ufersand, völlig ausgelaugt vom stundenlangen Wasser schöpfen. Bin noch nicht mal aufgestanden. Ich glaube, ich könnte es gar nicht.